Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Wo hast du denn vorher gearbeitet? Ich bin ausgebildete Hotelfachfrau. Die letzten Jahre war ich in Kenia, im Diani Beach Resort. Na, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ich habe da nämlich meinen Mann Abu kennengelernt. Das ist eine witzige Geschichte. Abu ist nämlich der Sohn des Stammesoberhauptes, Amira Kieniero, stamm der Gekuyu. Da hast du dich gleich mal ins gemachte Nest gesetzt. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt.